Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Civ. Ich bin Havtus, der Freak und begrüßt euch herzlich zu Part 7 müsste das sein. Und ja, wir sind hier in dieser... Wow, Läscherei? Nicht schlecht, nicht schlecht. Komm einfach nicht durch die Tür. Und wenn schon, dann nehme ich jetzt... Ja, ich will die... Giftpfeiler-Raisen... Oh, oh. Vergiss die Schwermut, wenn ich das Gisserfieber bekomme. Leckerig. Gut spät. Hoch hier. Ich bin neuerdings so müde. Woher muss ich? Oh, warte. Nein, warte. Nicht 7. Null. Ich bin ein Königreich für einen heißen Kaffee. Krass, Mann, da schaub ich direkt in die Augen... Nein, das sieht mich nicht. Scheiß, die Bandanne. Hm. Ich bin ein Königreich für einen Kaffee. Hey, was war das? Hey, was war das? Wer macht hier solchen Radau? Wenn ich dich finde, wirst du dir wünschen, du wärst woanders. Ich wette, er versteckt sich dann nicht sehr gut für einen Lieb. Oh, scheiße. Wir passen auf einen auf. Hm, war das so klug? Ich werde überall nachsehen. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Hey! Du hörst mir! Du hörst mir. Und du hörst mir. Du hörst mir. ver pardon, du hörst mir. Du willst ab? Was ist? Geil Du willst ab? Scheiße Oh fuck Ja Nice one Scheiße Okay aber ich glaube ich weiß jetzt wie ich es mache Fuck Mann Ich gehe einfach mal zu wenig taktisch vor Also zu wenig taktische Ich habe jetzt auch zu viele Pfeile verballert Und so eigentlich Und so eigentlich Ich jetzt So Genau Ich will gleich gehen Na Was zum Woh 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 Ich MPP Woh 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 alrededor dos aber okay haben was doch irgendwie müsste das doch gehen aber ich weiß nicht mehr wie 5 ich habe es ein weniger zu geben ich bin neuerdings so müde was war das für ein geräusch Pum nur, Pum tja, nicht jedes Geräusch bedeutet Ärger das Feuer ist einfach wie ist das passiert was ist hier los halt dein Schnauze ich muss mich bereit halten bei allen Toten Göttern ein Gott und jetzt Headshot ja, es tut gut weg damit auch den nicht so, endlich überstanden ja, es tut Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Und Endstation, ich bin wieder ein bewegliches Ziel. Treffer! Wer schleicht da herum? Wer ist da? Hallo? Alles Einbildung. Ich muss wachsam bleiben. Oh, halt steh! Ja, ich bin wieder. Ja, ich bin wieder. diese fabrik ist ein sarg aus metall man hätte sie begraben sollen volltreffer ich fühle mich nicht besonders was ist das es 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 Boah, im Schlachthof hatte ich es besser. Hier stinkt es. Berge von Leichen am Tag und in den Echten. Ich bin so müde. Ich finde dich! Woher kam? Jemand greift uns an! Verstärkung! Ruf Verstärkung! Wenn ich dich finde, wirst du dir wünschen, du wirst woanders. Ha! Erwischt! 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 Hahaha! Ich verstehe nicht, wie die Leute auf der Insel leben können. Die Straßen sind nicht mehr sicher. 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 Die Straßen sind nicht mehr sicher.